Die Fortbildung nach der Geburt, Wochenbett und Rückbildung nach dem Konzept von Angela Heller ist ein Muss für jede Hebamme, für jede Physiotherapeutin, die im Bereich der Rückbildung arbeitet. Inhalte dieser zweieinhalbtägigen Fortbildung ist einerseits die genaue Befundaufnahme, die Beleuchtung der physiologischen Rückbildungsprozesse nach vaginaler Geburt und aber auch nach dem Kaiserschnitt, Sonderthemen wie Breiterectusdiastasen, Dammrisse, Probleme nach Damschnitten werden ebenso in diesen zweieinhalb Tagen beleuchtet. Ich freue mich auf zwei intensive gemeinsame Tage Hebammen und Physiotherapeuten.